Ja, Wetter geschehen für heute. Einsetzen der Regen. Standort, Kamera. Kamerastandort ist in dem Falle Joachinskerl. Nördlich hat er sich vom Berlinsee gelegen. Ach, wir sind jetzt gerade im Berlinsee. Uhrzeit nehmen die Time 21 Uhr. Füllbare Temperatur vom Wasser etwa. Die Temperatur ist gefühlt 22 Grad. Die Temperaturen sind runtergegangen auf 19 Grad, 20 Grad Celsius. Einsetzen der Regen jetzt. Regen hat ein bisschen, was ich noch mal zeigen wollte. Ich dachte, man besser gehen muss. Einen Effekt halten. Das geht dann erstmal ab. Erst gibt sich zu. Eine kleine Regenwolke. Wollen wir jonglen erstmal. Ja, ich denke jetzt etwas. Sind still. Sind hat abgenommen soweit. Da ist erstmal schon fertig. Schauen wir mal hin. Ja.